Musik Herzlich Willkommen zum Longieren mit Hunden nach dem Konzept der Hundeteam-Schule. Diese DVD bietet einen umfassenden Einblick in eine außergewöhnliche Arbeit mit dem Hund und bezieht dabei den Zuschauer in den Prozess eines realen Longierkurses mit ein. Der Kurs wurde mit Tine Rühl und den Lauschern gestaltet, einer Gruppe, die bundesweit durch ihre Hund-Pferd-Aktivitäten bekannt ist. Longieren bietet Vierbeinern deutlich mehr als nur im Kreis zu laufen. Es dient der Beschäftigung und Bewegung des Hundes, intensiviert die Beziehung und das Vertrauen zu seinem Halter. Durch führende Elemente des Longierens, wie beispielsweise die Tabuzone, wird die Bereitschaft zur Kommunikation mit dem Menschen erhöht. Der Hund hört seinem Menschen aufmerksamer zu, was sich dann auch im Alltag widerspiegeln wird. Die Vielfältigkeit des Longierens ermöglicht dem Hundeführer, individuelle Schwerpunkte zu setzen. So kann er aus einer breit gefächerten Palette von Bindungsvertiefung, Geräteeinsatz, Aufarbeitung von Führungsdefiziten und vielem mehr wählen und somit den Bedürfnissen seines Hundes gerecht werden. Der Einstieg erfolgt mit einer Longe am Kreis mit Flatterband, dann weiter ohne Longe und schließlich dem Ziel, den Hund frei zu longieren. Die kreisförmige, trabende Bewegung eignet sich sehr gut zum natürlichen Stressabbau und beugt Verspannungen vor. Und nun viel Spaß beim Ansehen der DVD und dem Longieren mit dem eigenen Hund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017